Es gibt eine Kraft in unserem Leben, die mich zwar als Wöldchen nicht versteht, aber die Kraft ist trotzdem da und kann Sachen vorbringen und Sachen bewegen, wenn man bei einem kleinen Verstand gar nicht mehr nachkommt. Er war einfach unerschrucker, er hatte einfach keine Gefahr, hinter nichts hat er eine Gefahr gewesen. Ein junger Mann aus gutem Haus, der das Leben relativ einfach und leicht nimmt und viel Erfolg hat bei den Frauen. Die Umstände weiss man nicht, er ist einfach geradeaus gefahren statt in die Kurve. Er ist einfach nur gelegen, er konnte nicht mehr sehen, er konnte sich nicht bewegen, er konnte nicht mehr sprachen. Das tauchen wir dann so Gedanken auf, wäre es für ihn nicht besser gewesen, wenn er sterben konnte. Ist das ein Leben, was er hier führen muss? Nein, das geht doch nicht, das hat noch nie jemand gemacht. Eine Matura mit Kassetten, nein, das hat noch nie jemand gemacht. Die Mutter spinnt, glaube ich, das ist auch ehrgeizig. Dabei sind es auch viele Versuche. Wenn man einem, der so einen Schicksal gehabt hat, wenn man ihm eine gewisse Hilfe bietet, dann kann er etwas erreichen. Es ist ein anderes Leben, es ist ein neues Leben, es ist ein zweites Leben, das ich gestalten kann. Der Schicksal ist ein neues Leben. Der Schicksal ist eine Postschluss. Vielen Dank.